Du hast Lust auf saftigen Kuchen, möchtest dich aber gesund ernähren, dann ist dieses Rezept perfekt für dich. Vermische alle trockenen Zutaten, dann Eier, Butter, Milch, Öl und die Lebensmittelfarbe. Vermische alles ganz kurz und dann kommt der Kuchen in den Ofen. Jetzt noch das Low Carb Frischkäse Frosting, dann den Kuchen verziehen und einfach naschen. Mit diesem Rezept hat der Kuchen nur 200 Kalorien und 1,8 Gramm Kohlenhydrate. Also ein gesunder, leckerer Low Carb Kuchen, wenn ihr unbedingt nachmachen müsst. Also das Video am besten gleich abspeichern.